Willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir packen heute ein neues Paket vom Hauptsponsor auf diesen Kanal aus. Seenfashion.co, Cotech10. Ihr wisst alles Bescheid. Steht eh unten links in der Ecke, aber trotzdem. Mit dem Cotech10 spaltet 10% auf euren Gesamteinkauf bei Seenfashion. Versand 2-3 Wochen, ebenfalls per DHL ohne Zollprobleme. Ihr kennt das Prozedere. Ihr habt auch schon gesehen, um was für einen Schuh sich heute handelt. Ja, ich weiß, es ist nicht der schönste Schuh, aber es ist trotzdem einer, der besonders in der jetzigen Jahreszeit jedoch schon sehr praktisch sein kann. Wenn man keinen Bock auf irgendwelche 815 Sandalen hat. Deswegen heute was ganz Spezielles. Ihr erkennt es auch schon am Karton. Es ist kein Nike. Nein, es ist Adidas. Es ist ein Yeezy Slide. Kostet ein Echtjahr trotzdem, auch wenn es eigentlich gefühlt nur ein Stück Plastik ist. Schon ein bisschen sehr viel Geld. Deswegen kann ich auch hier wieder nur empfehlen. Holt durch. Slide. Spannend. Yeezy Slide made by Adidas. Spannend. Nichts. Slides, Slide, Adidas. Nichts. Und meine, ich hoffe, eine US-13, demzufolge müsste eine ungefährer EU-48 sein. Das ist ja bei Yeezy immer ein bisschen anders. Die ist ja ein bisschen größer geschnitten. Sieh'n Fashionkarte. Brauchen wir nicht. Ist hier überhaupt noch was drin, außer der Schuh. Ah, wir haben noch einen StockX-Tag dabei. Der neue StockX-Tag ist hier noch dabei. Unten nennen wir es mal StockX-Sticker ist noch dabei. Bast. Kann man so zur Seite legen. Ja, das ist der Schuh. Also es ist einfach wirklich nur eine stinknormale Sandale. Da brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht viel drüber reden. Eine sehr, sehr gute und günstige Alternative zum Original. Eine sehr, sehr, ja, doch schon witzige, vielleicht auch ein bisschen unnötige Alternative zu einer normalen Sandale. Jedoch sind die halt wirklich super bequem. Das sieht man hier unten auch, ne, an diesem geriffelten. Damit hat man trotzdem nochmal ein bisschen angenehmeren Tragekomfort als bei einer normalen Sandale. Es gibt ja zig verschiedenste Designs. Ich habe mich hier für dieses Grau-Weiß entschieden, weil ich das eigentlich ganz cool fand. Es gibt halt ansonsten nicht wirklich viel zu dem Schuh zu sagen, ja. Er ist relativ weich. Soll ja auch so sein, ja. Also man kann es hier mit dem Finger relativ einfach eindrücken. Man kann ihn hier auch, ja, relativ biegen. Eine super Sache für den Sommer. Definitiv empfehlenswert. Relativ günstig. Ich glaube, was zahlt ihr dafür? Ich glaube, 50 Euro oder so. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr an solchen Slides interessiert seid. Und ja, erster Link in der Videobeschreibung könnt ihr gerne vorbeischauen. Ihr wisst ja Bescheid. SceneFashion.co, Hauptsponsor auf dem Kanal. Sehr, sehr trusted. Und jo, schaut gerne auf meinen Socials vorbei. Da gibt es die Links in der Videobeschreibung. Ja, liked das Video, abonniert den Kanal. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.